So, neuer Tag, neuer Shop, neuer Stream, extra kein Titel, extra kein Thumbmail und den Shop gibt es auch diesmal in ganz kurzer Variante. Warum das Ganze? Wegen gestern im Video. Clickbait wurde mir untersagt, Thumbmail so auf Fake mäßig und hast du nicht gesehen, ne blöde Frage, machen wir heute alles kurz und schmerzlos. Also, seltener Skin ist wieder da, also zur Zeit sag ich ganz ehrlich, Epic Games lockt wieder alle Spiele an. Wie gesagt, der Skin ist jetzt auch schon zig Monate, Jahre nicht mehr im Shop gewesen und wie gesagt, wer ihn haben will, sollten sich gönnen. Wer ein bisschen Liebe dalassen will, natürlich gerne meinen Creator Code eintragen, danke für die 80 Leute, die ihn derzeit eingetragen haben. Grüße gehen raus an alle Einzelnen. Bam, 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 so, was haben wir nochmal? Dunkler Rex ist drin, dunkles Dino Commander drin, die Klingen sind drin, Gruß geht raus an Coco. Dann Schwefel Tyrann ist drin, wo mir das Rückenass ist, war so gut gefällt. Aber auch nur das Rückenass ist, was, Skindern sehe ich, naja. So, dann haben wir Rennfieber noch drin, die Pfadfinderin, Drachenaxt, Fingerwegler, ja, no, 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 no. So, dann mutige Haltung und das Psycho-Paket ist wieder da. Aus einem Skin, ein Rückenassessor und die Pickaxe. Also für 2000 V-Bucks, finde ich persönlich, macht man da nichts verkehrt. Definitiv nicht. Also für 2000 V-Bucks, du hast eine geile Pickaxe, ein Rückenassessor, naja, da lässt sich drüber streiten, aber bei dem Skin geht es eigentlich voll klar. Und der Skin an sich, ich finde ihn auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Shop-Video. Denkt dran, ich gehe jetzt live auf Twitch, also gerne in der Videobeschreibung auf den Link draufklicken, gerne ein Follow da lassen und dann sieht man sich im Livestream. Und was die V-Bucks-Missionen betrifft, heute leider keine in Rette die Welt. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, warum andere 6 Minuten brauchen für ein Shop-Video. Also, in dem Sinne, bis gleich und haut rein.